Heute zeigen wir dir vier unserer schönsten Meeresbewohner im Haus des Meeres. Kommt mit! Im dritten Stock findest du gleich zwei von ihnen. Den Blaupunktrochen, der durch das Aquarium zu schweben scheint, und den Rotfeuerfisch, der mit seinen gestreiften Strahlen begeistert. Doch Vorsicht, der Rotfeuerfisch ist hochgiftig. Im vierten Stock geht es dann weiter zu Luise, unserer wunderschönen Netzmurene. Und natürlich darf auf unserer Liste der Zebrahai nicht fehlen. Den findest du im siebten Stock im 360 Grad Haibecken. Welche Tiere sollen wir dir das nächste Mal vorstellen? Schreib es uns in die Kommentare.